Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Zuh den Kurs. Mal Chaos. Er sitzt! Also über den Unterhaltungswert dürfen wir uns an diesem Tag wirklich nicht beklagen. Das ist der Ausgleich, alles wieder offen. Ich finde es bemerkenswert, dass das Tor noch geht. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Und damit können wir Doppelpacker zu ihm sagen. So, ich hole mich jetzt. Ich hole mich hier in eine Runde, für mich dann, wo ich von ihm nachfüllen finde, ist er nicht mehr. Let's roll doch doch einmal nach. So, ich hole mich einfach.